Call of Duty Ghosts und das ganze Vorgeplänkel haben wir zwar jetzt beim letzten Mal auch schon gehört, weil das natürlich gleich direkt instant weiter geht. Egal, macht nichts. Nochmal zur Erinnerung natürlich für euch und auch für mich hier, damit hier an dem neuen Tag da hier ich nochmal weiß, was da abging. Weil eventuell erkennt ihr mich ja schon, ich habe ja nicht unbedingt hier das beste Kurzzeit-Genefinnis. Lange Zeit geht, Kurzzeit nicht. Schauen wir uns natürlich mal hier, wie das hier weiter geht. Lassen wir das ganze Jahr nochmal labern, ohne dass ich diesmal auf eine Tasse rumdrücke, weil sonst wie überspringt er das hier wieder. Bäm. Ich glaube, der letzte Jahr hat gesessen. Ja. Okay. Ja, beim letzten Mal habe ich mir hier die Frage gestellt, wie das hier, ah, zehn Jahre später, wo er weitergehen wird. Private Roper. Sure. Okay. So, also die Frage hat sich ja dann schnell hier, gerade mit der Einleitung von der Mission 2 erledigt. Hätte ja so an sich nicht gedacht, weil ich dachte eigentlich, Odin ist zerstört, etc. Ach, guck mal, ein Hundi. Ähm. Ja. Es ist ja eigentlich alles vorbei dann danach, aber anscheinend jetzt doch nicht. Okay, Riley hat was entdeckt. Gut. Was bänden Sie? Sicherheitspatrouillier mit Hash und Riley. Alle klar. Ja, nice. Ja, hier mit dem Hund gibt es ja dann schlussendlich auch eine Trophie. Ich glaube, zehn Feinde oder so hat hier muss der Hund vernichten, aber ich glaube ja nicht, dass ich das hierhin kriege, auch Veteran. Aber klar, probieren werde ich es. So. So. Na dann. Taube. Äh, ja, kein Ding. Äh. Ist es jetzt danach oder nicht? Eigentlich ja, ne? Ja, okay. Höpp, höpp. Tja, ich schätze mal hier, das war so ein Theater. Oder sowas ähnliches. Kino wohl ja nicht, eher Theater. Ja, nein. Verdammten Haar, mhm. Nimm die rechte Tür. Ja, linke ist ja auch zu, ne? Achso, ist er da durch oder wat? Weh, lol. Ach, hättet die jetzt erschießen sollen oder wat? Eher nicht, ne? Das sind ja eigentlich nur Reh. Was heißt das, die in ein Dufeldorf, Dörf? Verstanden. Sind unterwegs zu Sammelfunkt Silva. Wir kommen zu euch. Treffpunkt an der Mauer, wir sind unterwegs. Roger. Ah, stoßen ja an der Mauer zu Team 2. Mhm. Ich schätze mal damit, mit der Mauer ist die gemeint. Tja, höher wie die Berliner Mauer, ne? So ein paar Meter, Ziel erfüllt. Sehr schön. Genau. Treffpunkt bei der Tankstelle. So, die linke Seite hat er gemeint. Ja, ja, hier. Flipp. Hä? Echt jetzt? Was greift das Ziel an sofort ausschalten? Äh. Alter. Bäm. Lol. Scheiße. Okay. So geht es dann wohl nicht mit dem Hund. Alle aushalten. Boah. Alter Kanalarbeiter. Hm. So, da war einer. Da ist auch einer. Okay. So, wo ist jetzt hier, Riley? Ach, da steht er ja. Hm, keine Ahnung, wie das mitgehen soll. Muss ich halt zur Not noch mal gucken, aber wie gesagt, hier auf. Wer dran wird, ist wahrscheinlich eh nichts. Wie kommt denn der jetzt da? Ja. Sie töten Zivilisten, wir müssen da hin. Riley, los! Hä? Ist er jetzt tot? Ich glaube, ja. Äh. Äh. Ah. Hä, hä, hä. Loop. Hä, 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 hä. So. Hä? Hä? Ah, da. Hm. Passt. passt was kostet es hier ganz schön teuer könnte zu mir gerne für schluss habe ich ja noch stabilisierung war da 204 passt sollte rein unterstützen sie das team l.a. river Kontrollpunkt wo schüttel Alta oder doch noch heute noch Aro Aura 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 noch einer als meiner heute ehrlich dann auch nicht also richtig gesehen ist er tot glaube ich auch gut so lange ist aber die Munition knapp Aura Wo ist denn der Penner? Nein, 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 nein. Nicht gut. Au. Ach, nein, achten Sie auf die Granatenwarnung. Das ist ja doch ein... Oh, nein. Hä? Scheiße. Gut, dann mal wo hier, wo hier. Noch los ist der Kontrollpunkt. Ich nehme mich jetzt mal sehr stark an. Äh, da oben. Gut. Hm. So, den da oben haben wir auch. Hier ist noch einer. Da hinten auch. Bum, 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 bum. Was ist seine Musik? Hä? So. Nehmen wir die. So, nehmen wir die. Bam. Wobei ich jetzt auch so an sich keine Sniper mag, aber die ist gut. Schönen Poppes. Toll. Bam. Headshot. Äh, da hinten war doch einer, oder? Hä? Lebt er nicht mehr. Kontakt im Südwesten. Werde beschossen. Werde beschossen. Werde beschossen. So. Äh. Die mal fortheilen lassen. Ich bleib mal lieber da hinten. Bestellt dich. Ziel erfasst. Oder auch nicht. Nein. Bestellt dich. Ziel erfasst. Näh. Ah. Shit. Gut. Der ist weg. So, hier die Rot-Cabby noch. Oh, hier die Rot-Cabby noch. Oh, hier die Rot-Cabby noch. Treffen wir ja nicht durch, oder? Eigentlich ja, ne? Bäm. 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 So. Oh Gott. Hehehehe. Scheiße. Eieieie. Alter. Was ein Pisskopf. Scheiße. Oh, nee. Hm. Kacke. Komm zum Ohr! Komm zum Ohr! Bäm. 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 Ich bin mal gespannt, ob ich den Kack mal überhaupt hier schaffe. Hmm. Woher schießen die denn? Ach, da ist einer. Ja, da passt halt auf, wo du hinläufst, du Depp. Gut. So, der ist weg. Shit. Wo ist der hin? Da. Ja. Ich sehe noch einer. Okay, einer ist gut. Ich glaube, ich werde jetzt aber lieber hier, oder? Nein. So, das war der. Ältere drücken, um mal Atem anzuhalten. Na gut, das ist relativ egal. Ah, da ist unserer. Okay, der auch. Der nicht. Der auch nicht. Sure. Na komm. So. Was ist denn jetzt hin? Hallo? Kontakt voraus. Aha. Ja, der hat sehr fix. Granate, Bewegung! Hm. Ah. Der gewartet. Verbündete von grünen Rauch! Hä? Einer war ja doch noch. Hier lang. Riley. Logan, nimm einen Wasser und schalt die Vögel aus. Wir geben Feuerschutz. Aha. Ah, den da. Denken Sie die Rakete mit dem Laser. Okay. Ach, nö. Nicht überträglich, der. Shit. Ich glaube, der ist sauer. Ich war da so ein bisschen auf den Banner. Äh. Wo ist denn der jetzt hin? Hab ich den jetzt erwischt oder was? Bäm. Ja, lol. Gut. So nicht. Scheiße. Alter. Scheiße. Aha. Hab ich den jetzt getroffen? Ja. Wow. Kacke. Bäm. Scheiße. Ei, ei, ei. Hm. Ja, sorry hier für abkacken und so. Logan, benutzt die Lenkrakete, um den Heli auszuschalten. Ja, dafür müsst ihr das mal kurz nachladen. Äh. Vielleicht wieder nachladen. Scheiße. Ja. Oh nein. Nicht schon wieder. Mama. Oh Gott sei Dank. Huuu. Lecks mich im Arsch. Mein Mann, mein Mann, mein Mann. Freiheitsmauer. Aha. Wunderbar. Sicher? Wirklich? Scheiße. Ach, ne, knifft der aber ja auch. Watt. Ach, da einsteigen. So. Boah. Mai, oh, mai, oh, mai, oh, mai. Hm. Gut. Groß bewegen kann ich mich hier nicht. Ah, je, je, je. Boah. Was ein Act. Scheiße, Helis. Hahaha. Aber dran ist hier echt gut, krass. Da ist hier bei Call of Duty Advanced Warfare das Einfahrer. 20 Minuten später. Ach, guck mal, Riley. Hahaha. Geil. Der Hut gefällt mir. Hahaha. Hahaha. Na dann. Wiederhole. Alle Versorgungsrationen wurden bis auf weiteres eingestellt. So. Los. Finden wir den alten Mann. Genau. Und hier drin ist dann auch hier nochmal so ein Laptop. Irgendwo. Ah, genau. Da lagen. So. Seid ihr okay? Sicher doch. Begleitet mich. So. Genau. Genau da. So. Passt. Um in die Stadt zu gelangen. Hi. Hallo, komme ich jetzt zum Fernsehen? Richtig. Wir waren lange genug in der Defensive. Ja, ohne Achterbahn. Geil. Ich will damit fahren. Kann man damit fahren? Nach Hause. Telefonieren. Ah, das war schon. Gott sei Dank. Keine Helis mehr. Ja, schöne neue Welt. Geil. Cool. So, schon mal als Vorgeschmack, was in der nächsten Folge kommt. Okay, das macht mir schon mal Mut hier. So, das reicht. So. Speichern und Ende. Ja. So, kurz mal gucken, ob es auch wirklich jetzt hier alles hier gesaved hat. Ähm, Kampagne, genau. Ähm, Kampagne, genau. Ist da natürlich mal wieder immer, wie immer so rum. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Und, ja, dann geht's beim nächsten Mal weiter hier im Niemandsland. Gucken wir mal, ob ich da wieder so oft abkacken werde, oder ob es da dann einigermaßen besser läuft. Und, bis dahin wünsche ich euch natürlich was mehr. Haut rein. Genießt den Tag. Schau und Servus.